Hey, du bist neu auf dem Kanal, mich würde es sehr freuen, lass doch einfach ein Abo da, es ist alles kostenlos. Und wenn ihr noch dabei seid, klickt hier auf die kleine Glocke, macht hier einen Haken rein, dann seht ihr immer die neuesten Videos von mir. Viel Spaß beim Gameplay. Servus meine Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge von GTA 5 und heute erkläre ich euch, wie man ganz einfach Geld machen kann. Es ist im Prinzip echt kein Money-Glitch. Und zwar, was wir zuerst machen, Spawn.letzter Ort auswählen, kauft euch bitte ein Bikerhaus, egal welches und ein Labor. Das ist sehr wichtig. So, was wir brauchen sind noch Vorräte. Wie bekomme ich die? Es gibt zwei Möglichkeiten. Die bessere Methode ist, ihr kauft euch die oder ihr klaut euch die. Klauen ist immer so ein Risiko, weil ihr müsst ein Auto klauen, da ist Koks drin und die ganzen Online-Spieler sehen das und die können euch töten. Deswegen meinte man euch, kauft euch bitte die Vorräte. Hier, ich zeige es euch gerade. Kostet nur 15.000. Ich denke, jeder von euch hat 15.000. Wie gesagt, habt ihr jetzt Vorräte gekauft, dann habt ihr, wie ich jetzt gerade, unten rechts, ich markiere es euch mal, 4,5 Balken. Dann könnt ihr jetzt einfach anfangen. Was wir jetzt einfach machen, ist im Prinzip sehr einfach. Wir gehen jetzt hier auf Vorräte klauen, bestätigen das einfach alles und werden jetzt rausgeschmissen. Wenn wir jetzt draußen sind, einfach kurz einen Anruf annehmen und wieder auflegen und neue Sitzung suchen. Hier wird wieder neu gespawnt, neue Lobby. Man sieht, ich habe Geld bekommen und es ist super, super einfach. Und das könnt ihr jetzt so oft machen, bis bei einem Produkt blauen Balken voll ist. Das heißt, ihr könnt nicht mehr Geld einnehmen. Wir können das Geld dann einfach wieder euch auszahlen lassen und diese Methode wieder von vorne machen. Nutzt es aus, meine Freunde. Es ist super, super einfach. Es geht auf den PC, Xbox One und auf die PS4. Wie gesagt, ich habe Geld bekommen und das könnt ihr jetzt so oft machen, wie ihr möchtet. Über 5 Likes würde ich mich sehr freuen. Abonniert diesen Kanal. Mich würde es sehr freuen, Leute. Zeigt das Video, bitte euch, Freunde, Twitter, Quick. Egal, wo ihr euch angemeldet seid. Zeigt es euch einfach, eure Freunde. Haut rein und ciao, meine Freunde. Peace. Rotorisperfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfil trinkfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfilfil Bis zum nächsten Mal.